Yo Leute, willkommen auf dem Kanal, heute spiel ich mal ein Team Deathmatch auf der Map Dome und ja, ich spiel heute mal mit der Sniper, join ich heute noch rein oder nicht? Ich mach heute mal auf Faceclan, komm ich bin drin, ich versuche mal auf Faceclan heute zu machen vielleicht ist die Bewerbung auch heute schon abgeschickt, heute bei Faceclan draußen und dann bin ich drin nein Spaß, aber ich versuche mal ein paar Kills mit der Sniper zu machen, bin zwar nicht allzu gut mit der Sniper, aber mal schauen was ich schaffen werde, ob die No-Scopes drin sind, wie sind die Scow und natürlich lagts in dem Moment und ist hier dann No-Scope drin? Nein, hier nicht Da ist einer Ich glaub das ist ein Hacker oder so Oder nee Doch, 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 doch Eindeutig Hacker, wenn man wieder durch den Rauch schießt und mich dabei holt Nein, ich, ich, irgendwie, irgendwie läuft's grad nicht Der war überhaupt nicht drauf Oh, neuer Rang, Core 0,1 Was, selber gekühlt, gekühlt, alles klar Neues Wort, kühlen Das neue Wort für kühlen Ich, ich kühle mich Eigentlich, jetzt läuft's wieder Scheiße, scheiße, scheiße Ich wusste nicht, dass es zwei sind Flash, Flash Äh, Knife, ja Komm Oh Bewerbung ist raus Bei Face Ach, rechts war noch einer, scheiße Guck mal, wie schnell ich switchen kann Hä, warum hab ich schon Kontakt oder? Hä? Cool, von mir aus Ist mir auch so in Ordnung Okay, 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 komm, renn hoch Geh hoch, geh hoch da Hier unten mal Stink hinwerfen Da unten sind welche Hab ich ihn gesehen, hab ich ihn gesehen, hab ich ihn gesehen Nein Ah, hier hat mein Streak noch irgendwie Ich hab aber irgendwie sowas nicht reingemacht Was stehe ich grad selber nicht, aber Mir ist es recht Bin absolut full Flash wieder Ich bin tot, ich bin tot Natürlich brauche ich mal Zehn Jahre zum Neifen Wie immer halt Das Spiel wünsche mir echt kein Glück Aber irgendwie Die Quickscope sind irgendwie drin Da schau Das meine ich Immer auf die Sekunde genau Echt noch nie Große Scores gerissen Entweder Ich hab die Spieltaktik oder so nicht Aber Oder Ja, das liegt echt am Glück Guck, schau wieder Als der Score bin ich echt besser Ich muss auch mal wieder prägen auf meinem Kanal Komm, hier hast du Guck mal Der war doch eigentlich drauf Ja, ich bin wieder voll Flash Oder doch nicht Was ist das? Polita, das ist bestimmt so eine Falle Nimm die nicht Ich rat's dir nur Nimm die nicht Du bist tot Siehst du Ich weiß nicht Was ich da noch eigentlich Sagen soll Ja Applaus, Applaus, Applaus 8 zu 16 Wie schlecht Ja, GG Alles klar, ich konnte nicht schreiben Okay Dann bin ich auf die Aufnahme Und hoffentlich hat's euch gefallen Ja Bis zum nächsten Mal Ciao 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 Vielen Dank.